Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, Minecraft. Das Spiel mit unbegrenzten Möglichkeiten. Und wo man manchmal einfach nur verzweifeln kann, weil man nicht weiß, was man machen kann. Aber da wir einen kleinen Weltensprung, nennen wir das jetzt mal nett und liebevoll, Weltensprung gemacht haben, ist unser Ziel ganz klar, nämlich ein Haus. Wir brauchen ein Haus. Und um ein Haus zu bauen, braucht man grundlegende Materialien, wie zum Beispiel Holz, wie wir ja sicherlich schon wissen. Natürlich kann man es auch... Nein, ich erkläre es gerade ein bisschen so als hier Let's Play Minecraft Folge 1. Aber so ist es ja nicht. Es ist schon weit über 1 und Fails über Fails, eigentlich ist das kein Let's Play, sondern ein Let's Fail. Dann Fail von Fails, von zerstörten Welten, von verlorenen Welten, bis zu... Hm. Ich halte Stickys für... Äh, wie hieß denn die? Diese Leitplanken. Wie hieß denn? Zäuner. Genau. Ähm. Es wird dunkel und deshalb sollten wir uns zum Sch... Miep. Okay, doch. So, ich hab unten rechts mal die FPS am Laufen. Ich weiß jetzt nicht... Äh, also immer anzeigen. Ich weiß jetzt nicht, ob das für euch auch angezeigt ist, aber... ...dürfte eigentlich nicht. Jedenfalls hoffe ich das. Ähm. Ja, das sollen wir mal da rein. Ähm. Fertig. Nein. Noch nicht. Noch nicht ganz. Aber fast. Erstmal brauchen wir eine schöne Tür. Und für eine schöne Tür brauchen wir... ...will ich erstmal hier... ...den ersten Bereich. Können wir uns hier Bereich für Bereich durchschlagen. Warte, ich mach den Sound ein bisschen leiser. Äh, so. Ist jetzt etwas leiser gestellt. Ähm. Ja, das ist mir schon fast zu leise. So. Na, geht. Jedenfalls, wo ich da mal stehen geblieben... Genau, ich wollte gerade davon planen, wie... ...leise Minecraft doch sein kann. Also. Jetzt hören wir eigentlich nur... ...geschaufel, geschaufel, geschaufel. Wunder, wenn man mich... ...hören würde... ...nach dem ganzen... ...geschaufel hier. Und, äh... ...ich wollte mir eigentlich eine... ...Playlist mal zu... ...legen von so Musik... ...Soundtracks... ...die so im Hintergrund schwelgen. ...aber ich hab noch keine zusammengestellt bekommen. ...wenn ich etwas... ...äh... ...etwas mehr... ...pepp... ...ins letztes... ...ich bin ja auch so ein Trottel. Äh... ...so will ich es nämlich nicht haben. Ich will es nämlich so haben. ...wenn ich schon sehe, das wird nicht reichen. ...so... ...bereich 1 abgeschlossen. Aber vom Holz her dürfte... ...ah, Bäume sind nachge... ...nachgeflanschen... ...nachgewachsen. ...ähm... ...ähm... ...das heißt... ...mehr Holz für... ...ich... ...für uns... ...für unser Heim und... ...Wohnort... ...wo wir... ...von Schafen rumgeschüppst werden... ...jaja... ...warte ab... ...eines Tages brauchst du einen Mähdrescher. Hahaha... ...Wortwitz... ...ach... ...die Flach... ...ich hab ja nie gesagt, dass es Let's Play ist mit... ...Niveau ist... ...wobei ganz niveaulos ist es ja noch nicht, es ist eher... ...ah, das Thema macht traurig... ...in Fall für den... ...momentan... ...Let's Play den Let's Player... ...was mittlerweile... ...was mittlerweile... ...man... ...also so... ...Mitternachts-Let's Plays... ...bin ich noch nicht so ganz gewohnt... ...da verdrehe ich ein bisschen die Wörter... ...hann mal ne ganz andere Sache... ...wir haben keine Nahrungsfälle... ...wenn wir Glück haben, fallen ja hier... ...Äpfel... ...seit dem letzten Patch... ...werfen wir ja gerne mal welche hin... ...und in der Zwischenzeit töpfen wir fröhlich für uns hin... ...und das hier können wir dann auch... ...oh, ein Apfel wär jetzt... ...langsam aber sicher... ...wirklich... ...NICHT sehr schlecht... ...ähm... ...es gibt's ja leider noch kein Schafsbraten... ...hier... ...Minecraft... ...Volash gibt's heute... ...hab'n gegrillten Creeper... ...Nom-nom-nom-nom-nom-nom-nom-nom-nom-nom... ...Hätten wir... ...oh... ...Lava... ...Diamant... ...ääh... ...Lava... ...einfach nur Lava... ...m... ...was ist ja noch teig... ...also tauschen wir hier mal so... ...aus... ...und dann beginnen wir hier fleißig ein bisschen... ...Sand abzuernten... ...da wir dies ja viel Glas brauchen... ...und dann werden wir das hier... ...damit es nicht hier so heißlich nachher aussieht... ...so heißlich leer... ...wenn wir das wieder mit Sand auffüllen... ...aber erst mal hier... ...fertig wegschaufeln... ...oh... ...oh... ...hm... ... ...ich würd' sagen wir besorgen uns ne Schaufel... ...machen dann weiter... ...tja... ...Apfel, Apfel, 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 Apfel... ...Nam, num, 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 num... ...Jetzt sind wir wieder stark und schnell und... ...Bäum... ...oh, gar nicht Bäum... ...kein Gebäum noch... ...äh... ...Schaufel... ...so... ...gut, gut, gut... ...dann könnt ihr das hier auch machen... Ich bin ja so ein richtiger Sklaventräger, ich lasse ja hier Kohle für mich arbeiten. Mit und viel Kohle, nee. Mit Kohle reicht, ja. Nur mit Kohle. Ja. Ja, ja, so müsste es sein. Jetzt sehe ich gar nicht mehr, wie wir... Schock fürs Leben. Ich sollte mal hier so... Kennzeichnen. Wo hier auch so die Grenze ist, dass nicht dann auf einmal hier... ...ne riesige Flut auf uns herein bricht. Ist ja nicht sehr gesund für uns. Dam, 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 dam. Das Texturenpack sollte eigentlich jeder Minecraft-Bler kennen. Das ist von Honeyball. Ich glaube, das ist hier Basics gerade. Und da... Ja.